wegen Überlastung oder so. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir waren bei der Wahnsinns-Yoga-Matte. Ich stehe noch da, weiß jetzt jemand. Noch zwei Stück, ja. Das war nur ein Einzelstück hier. Nee, das waren zwei. Das waren auch zwei. Da habe ich auch zwei. Ach so, also die ist 1,5 Zentimeter stark, 183. Es waren wieder vier Stunden um. Nein, oder? Ja, aber fast. Ach so. Doch, doch. Es waren genau... Doch, er hat recht. Ja, aber halt, der Server hat... Doch? Er hat ja gesagt, aber es waren genau vier Stunden. Wir sind um Viertel vor live gegangen. und um Viertel vor hat er jetzt gerade abgekackt. Da muss ich mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Energiemanagement oder sowas. Okay, wir gucken hier mal in unserem Server. Kein Ton. Doch, wer hat den Ton? Nee, kein Ton, kein Bild. Haben wir Ton? Okay. Also dann einfach den Stream einfach nochmal kurz neu starten, Tina. Okay, und vielleicht wieder teilen und ein paar Leute einladen. 257. 257. Also zweimal Yoga-Matte hier, 1,5 Zentimeter, 183 Zentimeter mal 16 Zentimeter Breite. Richtig fettes Teil mit praktischem Tragegriff für 20 Euro hier Yoga-Matte. So, und jetzt kommt eigentlich mehr oder weniger das Highlight des heutigen Abends. Wir haben eingekauft für euch zum absoluten Schnapper, Hammer, super Preis. Das ist die Nummer 1855 von Grundig. Dann feiert TV 32 Zoll Smart TV. Regulärer Preis im Internet irgendwas um die 300 Euro. Und nur heute, jetzt, heute hier im Live Shopping 100 Euro. Fußmatte 8 Euro, Fußmatte machen wir 10 Euro. Genau. Da ist Alexa eingebaut. 32 Zoll Full HD Smart TV von der Firma Grundig mit Alexa Fire TV integriert. Full HD X4 Quad-Core Prozessor. HD Triple Tuner. DVB, T2, C und S2. User Connectivity mit USB, HDMI und Fernbedienung mit Alexa Suche nach Damen oder sowas. Nach Dramen. Dramen. Wer sucht den Dramen, wenn man Damen suchen kann. Also hier, 1920 Pixel mal 1080 Pixel. Also Full HD Auflösung für diesen Grundig-Tipp wie 32 Zoll. Und wir haben einen Schnapperpreis von? 100 Euro. 100 Euro. Nur heute, nur hier, nur jetzt. Nur noch vier Stück da. Nur noch vier Stück da. Es waren mal. Die Matte ist verkauft. Wie viel waren es? Ich glaube, es waren... Was steht denn drauf? Warte mal, ich stimme. Es waren mal zwölf Stück. 100 Euro. Nur heute, hier und jetzt. Ja. Ich sehe das hier gar nicht tatsächlich. Noch fünf Euro, jetzt sind es nur noch vier. Es werden immer weniger. Beeilt euch hier. Noch vier Stück. Acht Stück sind schon weg. Drei. 100 Euro, Smart TV, 32 Zoll für 100 Euro. Das kriegt er nirgends im Netz. Neubrausend. Um die 300 Euro. Noch zwei Stück. Noch zwei Stück. Grundig. Fire TV, 32 Zoll. Nächster Buchstabe kommt auch demnächst. Ja, demnächst um die nächste Buchstabe. Noch zwei Stück sind da. Noch zwei Stück hier. Der hat einen Triple Tuner drin. HDMI-Eingang, selbstverständlich. Fernbedingungen mit Alexa Sprachsteuerung. So. Energieeffizienzklasse ist E, aber wir sind interessiert. Und das eigentlich heutzutage. 32 Zoll für 100 Euro. Ja, Crazy Girl schreibt Energieklasse? Fragezeichen. Ja, E. F, F, F. Er braucht 32 kW in 1000 Stunden. Anni schreibt, mein Mann sagt noch vorm Kegeln, ich darf jetzt nicht mehr shoppen. Anni. Ein weißer Mann. Ein weißer Mann. Anni, aber da musst du dich doch durchsetzen und sagen, Schatz. Aber wenn ich doch beim Retour-Gruppu schaue, ich kann nicht anders. Du kannst doch nicht, die Frau ist nicht öffentlich hier zur Sünde hinziehen. Geht da auch Wandmontage, fragt die Tanja? Eine sehr gute Frage. Welches Modell ist das genau? Das ist das Modell. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr viele Möglichkeiten. 32 Zoll Full HD Smart TV. Das hat der Firma Grundig. Die genaue Modellbezeichnung heißt hier 32 GFB 6060 Fire TV Edition. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder moderne Fernseher heutzutage den Weser-Standard hat. Dass man ihn an der Wand befestigen kann, oder? Was meint ihr? Muss ich reingucken? Zur Not gucke ich auch nach hinten mal rein. Aber es kann auch jemanden... 293 Zuschauer. Juhu! Achtung! Ich gehe dann nach oben. Keinen Button drücken. Und was haben wir denn noch? Ich habe noch Buchstaben. Komm, wir hauen noch einen Buchstaben raus. Und zwar, ich habe noch mal einen Buchstaben. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr die Buchstaben aneinander rein. Und später, wenn ich euch auffordere, mir das Lösungswort nennen. Und am besten ist, ihr teilt jetzt noch den Stream. Je mehr Zuschauer, desto mehr Gewinne. Und bessere Gewinne gibt es tatsächlich. Und der nächste Buchstabe ist dein... Uhuhu! Und wir haben bis jetzt die Buchstaben... Retun-Sal-Buh! Retun-Sal-Buh! So, jetzt machen wir mal wieder einen Staubsauger. Einen schwarz-matten Staubsauger habe ich hier. Den 17,70. Anstatt für 91 Euro, für 60 Euro. Oh, die Schnucki auch, gell? Die läuft da. Oh. Nee, der Ingo. Ingo habe ich gemeint. Hier, haben wir den... Ah, alle Fernseher weg! So. Keine Sorge, ich habe noch Fernseher. Wie ist die Nummer von dem? Das ist die 17,70. Wir haben noch mehr Fernseher. Komm noch, ich mache gleich erst einen Staubsauger, damit sich alle wieder beruhigen können. Alle nochmal kurz aufs Konto gucken, ob noch Geld da ist. Und dann machen wir den nächsten Fernseher. Einen Staubsauger, davon haben wir da. Jawohl. So, hier haben wir den Bosch Serie 2 Baggage. Ein Made in Germany Produkt. Den Bosch Serie 2 in schwarz. Dann kommen auch noch. Was kommt noch? So, Achtung. Den Bosch BGBS 2X11. Drei Staubbeutel, Waschäbchen, Filter mit dabei. Komm den TV morgen abholen, wenn es geht. Gerne. Bring Brötchen mit. Andi. Boah. Jetzt aber. Geiler. Was, er bringt Brötchen mit. Bin ich voll dabei, weil der Jürgen, der bringt sonst immer Samstag so ein Brötchen mit. Andi. Hammer. Mein Mann. Ehrlich geil. Cool. Wir freuen uns. Aber nicht zu viele, gell? Nicht zu viele, nicht übertreiben. Auf dem Boden bleiben. So. Was haben wir denn hier alles? Mensch, ihr seht aus wie im Krieg. Ich komme nicht vorderlich. Wir sind morgen abdrehen im Laden. So, also Bosch Staubsauger, ihr gebt mir Info, wenn er weg wäre. Achtung, wir haben den nächsten TV, Achtung, ganz stark sein, das ist die 1886. Auch ein 32 Zoll Fernseher. Was hast du denn da für einen Preis gemacht? Ah, Andi, eher Frau. Ja gut, Andi, dann meine Frau. So, hier haben wir jetzt, da haben wir nur drei Stück da und der kostet 120 Euro. Der Jürgen ist dabei. Yeah, Jürgen. Der hat Heimweh. Wir begrüßen dich jetzt schon und du uns auch scheinbar. Hier, auch wieder ein 32 Zoll HD Smart TV von der Firma. Stopp, warte mal, das war, also der Staubsauger ist verkauft. Okay, das hört sich schon mal gut an. Und die Nummer, die du mir gerade eben gesagt hast, das ist ein Philips-Rasierer. 1886. Okay, du hast 1886 gesagt. Ich schmule gleich mal das Band zurück. Also hier für 120 Euro ein HD TV, LED TV, HDMI, USB-Konnektivität und HD Triple Tuner, DVB, T2, C und S2. Der braucht 33 KB in 1000 Stunden. Das genaue Modell heißt hier. Drei Stück haben wir davon da. 32GHB, 6100 Madrid. Kann man natürlich auch Netflix drauf schauen und alles andere auch schauen. Drei Stück haben wir davon da. Nur drei Stück für 120 Euro. Drei Stück da, davon da. Also Staubsauger war verkauft. So, Achtung, was haben wir noch hier? Regulärer Preis sind übrigens... Doch, jetzt ist der, also jetzt muss der Fernseher oben drin sein. 329 Euro regulärer Preis. Bei uns heute nur drei Stück, 120 Euro. Wir haben sie selber drin, bei Ebay glaube ich nur 189 oder sowas, gell? Ja. 120 Euro nur... Nur jetzt im Live, wenn das Live vorbei ist, bildet der Preis nicht mehr. Nein, nur jetzt, machen wir nur jetzt für euch, weil wir nämlich haben 288 Zuschauer. Herzlichen Dank da dafür. Und denkt dann an unser Gewinnspiel. Ich sage Bescheid wegen dem Lösungswort. Noch nicht, jetzt raten. So, also Fernseher, Couchherbette, Fernseher. Was haben wir denn noch Tolles? Sieht man denn mein Schriftzug langsam? So, es kommt, es kommt, ja. Ich habe von Beam nochmal ein Espresso, perfekt. 15 Bar brillant roten Maschine hier. Was ist das? 1802 anstatt für 119 Euro. Macht bitte gleich mal hier den Preis runter, Maus. Die Erfahrung zeigt, wenn man verkaufen will, muss man einen Preis verkaufen. Oh! Preis? Mach irgendwas, irgendwas Kleines. 50? Jo, komm. Hier. Und zwar haben wir für die Firma Beam hier... Der TV geht auch an die Wand. Ich gehe schwer davon aus. So, hier, Espresso-Maschine von der Firma Beam für 50 Euro. Habe ich jetzt gerade schon praktisch reduziert. Mit Siebdruckträger und allem dabei. Wassertank abnehmbar. Wunderbarer, wunderschöner Kaffee-Espresso-Maschine. So, haben wir von dem Fernseher noch welche da? Alle drei sind noch. Alle drei, dann muss man gucken, wie der Wandhalterung... Okay, dann schneide ich ihn kurz auf. So. So. Also, wir haben natürlich hier dabei, die Füßle sind dabei. Bedienungsanleitung ist dabei. Dann haben wir hier... Genau, Seltschmi schreibt es genau richtig. Ladet alle nochmal ein. Wir haben gleich die 300 geknackt. Ladet alle ein. Hier, das ist die Fernbedienung. Und ich liebe es ja, wenn auf der Fernbedienung die wichtigen Knöpfe drauf sind. Das sind die vier weißen in der Mitte. Aber ein wichtiger fehlt. Was denn? Also unten rechts könnte man jetzt Retouren King machen. More TV, sage ich doch. Kommt, irgendwann werden alle Fernsehersteller gezwungen sein, auf ihrer Tasche den Retouren-Live-King-Channel abrufbar zu machen. So, Batterien sind mit dabei. Aber Nina schreibt, sie kann nicht kaufen. Es funktioniert nicht. Warum es funktioniert nicht? Ich möchte unbedingt einen Fernseher. Was geht nicht bei ihr? So, Achtung. Das ist der gute Fernseher. Und natürlich hat er, wie es für jeden Fernseher gut, heutzutage üblich ist, hier die ganz normale Standardaufnahme für jede Wandhalterung, die es denn da gibt. Okay? Wir haben hier die Anschlüsse SAT, Antenne in. Dann haben wir, was haben wir hier? USB-Anschluss. Dann haben wir zweimal HDMI, einmal HDMI mit ARC-Eingang. Dann haben wir einen optischen Ausgleich, einen Ladenanschluss. Alles da, was man heutzutage braucht für einen schmarten Fernseher. Gut. Die Elf ist auch noch oben drin. Und Wandhalterung ist natürlich möglich. So, Achtung. Sind noch alle drei da, Hase. Bitte? Sind noch alle drei da. Ja, gut. Läuft der auch über WLAN? Eine gute Frage. Google ist kurz im Internet. Das Modell heißt hier Grundig. Moment. Grundig. GHB. Also, weißt du was, Tina? Ich mache das so. Reduziere. Den jetzt, also Stück, auf zwei. Gehe ich jetzt runter. Was? Dann haben wir jetzt nur noch zwei Stück. Weil die Tina hier über den Chatnet, über Stage-Minute kaufen kann. Ach so, du verkaufst jetzt so ein. Okay. Und Tina, schreib mir an info.retourenking.de eine Nachricht, dass du den GHB6100 für 120 Euro kaufst und schick mir deine Lieferart. Okay. Okay. Und das Modell heißt GHB6100 Madrid. Schaut mal jemand nach, ob der WLAN kann. Okay. Also, zwei Stück sind jetzt noch da. Expressmaschine für 50. Und es geht gerade mal hier weiter. Ich habe hier, was habe ich denn hier? Die 1801, anstatt für 129 Euro für, machen wir den Preis für 50 Euro, haben wir hier eine Vibrationsplatte. Aber treibt es nicht. Was? Nein, es macht 60 Euro. So, hier haben wir die Ultra-Vibrationsplatte aus dem HSE. Und ohne Fernbedienung. Achtung aufpassen, da ist keine Fernbedienung mit dabei. Anstatt für 129, wir haben jetzt für 60 Euro gemacht. So, so sieht die da aus. Eine ganz normale Rüttelplatte, einfach draufstellen, Übungen machen. Was kann man denn damit also machen? 297. Ja, haben die gleich die 300 wieder. Wir waren ja, ja, super. Wir haben sie gleich. 296, ich zeige dir bei mir an. Ja. So, also, hier kann man so Übungen machen auf den Vibrationsplatten, Liegestütze, draufstehen, einfach und einfach im Schlaf oder beim draufstehen. WLAN wäre wichtig. Ja, kann das das Gerät, kann das mal jemand googeln? Vibrationsplatte 12,6 Kilo, 200 Watt, es gibt Speed Levels 1 bis 99, maximales Gewicht sind 120 Kilo. Man kann einstellen, Time und Geschwindigkeit. Oszillation, also Up und Down macht das ganze Gerät und Auto schaut auf nach 15 Minuten. Eine ganz normale Informationsplatte für 60 Euro anstatt 129 Euro. Also Patrick schreibt, dank Live Share können Sie alle Inhalte von Ihrem Miracast zertifizierten Mobilgerät auf Ihren Fernseherkabel und Stream. Integrierter Triple Tuner, Grundig, Smart, Magic, Blip ist eine von Grundig entwickelte Sound-Algorithmus. Wichtig bei WLAN, aber ich meine, das eine ist ein Miro-Cast, da kann man vom Handy Inhalte spiegeln, so ähnlich wie... Steht nur Ethernet. Nur Ethernet, dann hat er wahrscheinlich auch bloß Ethernet, aber das wäre ja schade. Ob es den Fernseher auch für 100 Euro gibt, wie den anderen davor auch. Komm aus, hau raus, hau raus, komm, jetzt oder nie. Auch die Tina kriegt den da für 100. Ja, alle kriegen den für 100. Los, die zwei Stück sind da für 100 Euro, auf geht's. Achtung, jetzt haben wir hier unseren Backofen, das ist die 1728, anstatt 199 für 120 Euro. Und zwar haben wir hier von Choleric den Kitchen Original Ofen. Ofen? Ofen, ja, das ist ja so niederländisch hier. Schnapper-Alarm, aber sowas von. Achtung, habe ich jetzt auf Deutsch. Ja, Ofen mit Drehspieß, Achtung. Fernseher tauschen wird jetzt halt gerade schwierig, das kann ich jetzt gerade nicht. Nein, wir können nicht tauschen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. So. Wir können auch jetzt nichts stornieren, wenn ihr storniert. Jlan, ja, auf Expert steht ja. Also, normalerweise, weil heute hat auch kein Mensch mehr ein Ladenkabel im Fernseher liegen. Da hätte mich auch gewundert. Tina, schreib eine E-Mail, genau. Genau, also, hier haben wir einen Ofen mit Drehspieß von Choleric. Fassungsvermögen 70 Liter, regelbarer Thermostat von 100 bis 230 Grad. Abmessung des Innenraums 463 x 460 x 310 Millimeter. Doppelt verglasste, hittenbeständige Tür. Drei Kochmodi, Konvektionsheizung und Drehspießfunktion. Bediebtskontrollleuchte, Innenbeleuchtung. 90 Minuten Timer mit automatischer Abschaltung. Zubehör. E-Mailiertes Backblech, verkrumptes Drahtgitter, Kuchenblech, Drehspieß mit Griffen. Und das einzige Schmanko an diesem Gerät ist, er hat einen litze kleinen... Fernseher sind alle weg. Gut. Er hat hier am Gehäuse irgendwo deine Stelle, genau hier. Maße bitte nochmal lang. Achtung, hier. Der Ofen hat die Maße von 463... Also das ist die Maße des Innenraums. 463 x 460 x 310 Millimeter. Hast du das Bild oben drin eigentlich von dem Ofen? Okay. Und der hat tatsächlich hier an der Oberseite, hat er zwei Dellen, die nach innen gehen. Ich kann das echt schwer zeigen. Kann ich das zeigen? Ich versuch's mal. Okay, seht ihr das? Das kann man machen, Marlene. Hier ist die Delle einmal und da unten ist auch eine. Es ist einfach in der Ecke eine Delle drin. Kann man, wenn man will, den Deckel abschrauben. Aber ansonsten ist der Ofen nagelneu noch nie ausgepackt. Tauschen können wir keine Fernseher. Das machen wir jetzt. Nein, auf gar keinen Fall nicht. Es bringt los Kudelmuddel. Wirklich nur durcheinander. Ja. So, Vibrationsplatte auf 55, das kann ich machen. So. So. Dann haben wir jetzt den 1857. Anstatt für 400 Euro, für 130 Euro den Philips 43 Zoll, Full HD Pixel Plus. Vibrationsplatte verkauft. Vibrationsplatte verkauft. Ja, super. So, 21.05 Uhr. Das freut mich, bitte. So, Achtung, wir haben hier den 43. Ich kann nachher erst schauen, ob die Mail angekommen ist. Hast du den oben drin, Maus, die 1857. Fünf Stück, selbstverständlich. Für 130 Euro anstatt für 400 Euro den 43 Zoll, 43 PFS 5507-12. Was kann der alles? Das ist ein Philips-Fernseher der 5500er-Serie, 43 Zoll, Full HD, 108 Zentimeter, Pixel Plus-Fernseher. So, was wollt ihr noch? Für 130 Euro ein 143 Zoll-Fernseher. Was soll man dazu noch sagen? Der ist zu groß. Zu groß? Wir haben halt für alle... So, Achtung, ich habe... Noch zwei Stück sind da. So, safety, Telekom. Brauche ich noch was dazu sagen? Weil wenn die gleiche... Zwei. Also ist alles in Anlass, jeder Sprache, bloß die, wo ich brauche. Ah, hier ist nochmal eine Anleitung. Der Backofen für 100. Wie viel? Backofen für 100. Wie haben wir denn drin? 120. Komm, hau raus. Hau raus. Fernseher mit integriertem Receiver. Das ist jetzt, was ich gerade versuche rauszukriegen. Backofen ist reduziert. Der Fernseher... Jetzt habe ich ihn. Backofen ist verkauft. So, wir haben hier... Kleinen Fernseher sind alle weg. So, Achtung, wir haben hier einen normalen Antennenanschluss. Wir haben einen USB-Anschluss. Wir haben einen PCM-CIA-Slot. Wir haben einen Satellitenanschluss. Wir haben einen optischen Ausgang. Wir haben zweimal HDMI. Also es ist ein Subtuner integriert. Der Backofen... 43 Zoll, Netzkabel ganz normal. So sieht das gute Gerät aus. Ihr seht, nagelneu, nichts dran. Backofen ist dann auch weg, ne? Ne, 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 du. Alle weg, alle Fernseher weg. Okay, gut. So. Fernbedienung ist natürlich auch dabei. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Füße sind dabei. Schön, ordentlich wieder... Ja, ja, das mache ich später heute. Jetzt haben wir das... Ja, aber nur... Ne, ich meine, ordentlich auf die Seite schieben. Ja, selbstverständlich. So. Gib mir mal den Fernseher und ich... Und du gibst mir noch den... So. So. Den Ofen? Den Ofen. Oder schieb den nach rechts um die Ecke. Ja, mache ich. Dann ist er nämlich einfach weg. Die Rüttelplatte ist ja auch weg. Das sind die zwei Sachen hier. Die Rüttelplatte, genau. Das ist auch weg. Okay, also komm, jetzt machen wir noch mal die 1652 von Max Mead und Crunch Trainer. 1652. Ihr seht, jetzt kommt alle große Sachen hier. So. Kann die Kaffeemaschine auch malen? Ja. Halt, welche war das? Die Beam. Die Beam, das ist eine Stressmaschine? Nein, die nicht. Dashcam habe ich keine. So, hier, das ist der Crunch. Tina, wenn du mir nicht mehr geschrieben hast, dann hat es geklappt mit dem Fernseher. Der Crunch Trainer, effektives Ganzkörpertraining, ein Gerät für diverse Muskelgruppen, effizientes Trainieren mit dem Eigengewicht, für Anfänger und Profis geeignet. Eigengewicht von dem Gerät sind 9 Kilo und 120 Kilogramm kann man es belasten. Man kann es praktisch zusammenklappen und kann es ordentlich verstauen. Einfach drauf sitzen und so eine wunderbare Crunch machen. Ist gut für Rücken und Bauch. Bekannt aus dem Teleshopping. Das kostet bei uns jetzt nur 60 Euro, glaube ich, oder? Wo sind die Vogeltränken? Die wen? Die Vogeltränken. Was für Vogeltränken sind da hinter dir? Ey, dann lasse ich sie stecken. Ja, das habe ich schön gemacht. Die ist super. Das habe ich schön gemacht. So. Ach so, halt, stopp, stopp, stopp. Maus, die Perle. Haben wir den Fernseher eigentlich reduziert um die Menge, die wir brauchen, für später? Sehr gut. Okay, Achtung, wir haben jetzt noch einen Fernseher, den 18,58, der kostet allerdings, was kostet der Maus? Frag ich dir gleich. Okay. Da haben wir nur einen einzigen, da haben wir nur einen einzigen, der kostet 150. Okay, auch ein 43-Zoll von Philips, auch aus der 5.500er Serie, einzeln schick 150 Euro, dieser Fernsehör. So, das ist der 43 PFS 55 25-12. Full HD LED TV. Saugroboter haben wir, glaube ich. Keinen mehr, okay. Keine mehr? Saugroboter. Ich sehe jetzt gerade keinen. Ganz sehr verkauft. Okay. So. Doch, Hammer, glaube ich. Saugroboter haben wir, glaube ich. So, dann haben wir hier unser altbekanntes Navaris Badewandtablett, die 17,15 für 20 Euro. Das habe ich geklebt, aber dafür tut es auch wieder umso mehr. Ihr kennt das alles, da gibt es die wunderschöne Szene in der Badewanne von mir und Michelle. Badewandtablett von Navaris für 20 Euro. Den Kugelgrill für 25, oh, das kann ich nicht machen. Raus macht 30, haut das Ding weg, das steht mir hier im Weg. Das wäre ganz gut, wenn der weg wäre. Dann überhaupt, warte mal. Ja. So. Achtung, dann geht es weiter mit dem Hochdruckreiniger von der Firma Parkside mit der Nummer 1789. Der ist gebraucht, wir haben ihn überprüft, der funktioniert albernfrei. Das ist der hier, Hochdruckreiniger von der Firma Navaris. Sorry, Entschuldigung, von der Firma Parkside von Lauter Navaris. So, ich kriege mal wieder einen Schluck. So. Ich bin morgen erreichbar von 10 bis 12 Uhr. Also, wir haben hier den Parkside Hochdruckreiniger. Spülmaschinen haben wir keine. Nein, leider nicht. Trainingsgerät für 55, da sind wir dabei. Hochdruckreiniger, PHD 170 B2, ideal für Fahrzeuge, Terrassen, Fassaden und vieles mehr. Leistungssteiger Aluminium, Hochdruckreiniger mit langer Lebensdauer, stromsparender Autostopps. Anschlussleistung 2400 Watt, maximal 500 Liter in der Stunde, Arbeitsdruck ist maximal 15, sorry, 11,5 MPa, also 115 Bar. Druck maximal 17 MPa, 170 Bar, Netzkabellänge 5 Meter. Enthaltenes Subhör, ein Pistolengriff, eine Lanze, eine Standard-Bario-Düse, ein Turbo-Schmutzfläse, eine rotierende Waschbürste mit Blickgelenk, eine Düse, Reinigungsnadel, ein Wasseranschluss mit Siebeinsatz, ein Schnellanschluss. Fertig, hier, also sehr wunderbar. Hat der, ich verkaufe. Ja. Du hast die Leute zu Tode geredet jetzt. Buchstabe, Buchstabe, Buchstabe. Wer ruft denn nach dem Buchstab? Badewand, Drett für 15 Euro. Jawohl, macht das, das ist jetzt geklebt, das gebe ich für 15 tatsächlich her. Sehen. Nein, 10, 15. 15 machen wir. Für 15 gebe ich es her. Achtung, ihr wisst es ganz stark, dann. Ich habe das Badewand-Tablett zum ersten Mal jetzt auch in weiß, es ist die 17,60. Oh, da hast du 35 Euro draufgeschrieben. Ich weiß auch warum. Ja, weiß ich warum, weil das in weiß kostet nämlich 59 Euro. Oh, und das ist nämlich original noch eingeschweißt. Nagelneu. Bei Amazon kostet es 59 Euro. Also wir haben 35 Euro gemacht für das weiße Badewand-Tablett. Das ist absolut da hingucken, nicht Bambus, sondern in weiß und original verschweißt. Hier kann man das Laptop aufstellen, dann hier kann man es nicht. Also das Bambus ist verkauft. Okay. Und der Crunch ist auch verkauft. Okay, räume ich dir weg. So. Mädchensachen in 68. Ja, Betty, ist was übrig geblieben. Kannst du sehr, sehr gerne haben. So, Achtung. Schreib mir eine Mail an. Wie spät ist es eigentlich? Viertel nach neun. Viertel nach neun, das lassen wir mal schon rechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir haben zehn Buchstaben bis jetzt. Und ich habe hier noch eine unbekannte Anzahl an Buchstaben. Ihr müsst den Stream teilen. Teilen, teilen. Ihr könnt gewinnen. Entweder GPL Kopfhörer. Oder ihr könnt gewinnen von Sony die Digitalkamera. Oder ihr könnt gewinnen einen Fernseher. Und wir haben jetzt nochmal ein. Und ich habe jetzt lesen die Buchstaben nicht mehr vor. Ihr hättet von Anfang an dabei sein sollen, um mitraten zu können. Ja, auf Facebook geht es auch. Okay. So, Achtung. Es geht weiter. Wie sieht man denn eigentlich langsam meinen Link? Wie sieht man denn langsam meinen Link? Ich habe einen Staubroboter. Hier die 18,25 für 50 Euro. Anstatt für 120 Euro. Den Gienmax-Saugroboter mit Wischfunktion. 50 Euro. Badewanne, Ablage für 30. Sind wir dabei? Ja. Circa eine Stunde Einsatzzeit. Sensorgesteuerte Navigation. 2 in 1. Saug, Staub und Wisch den Boden. Vicky schreibt ja, ich muss euch mal ein Lob aussprechen, dass ihr immer auf die Preisvorschläge eingeht. Echter Hammer. Wenn die Preisvorschläge sich im Rahmen befinden und wir damit fein sind, dann sind wir da die letzten, mit denen man nicht handeln kann. So, Badewandtablett war jetzt auch verkauft. Ja, sehr schön, habe ich. Was machen denn eigentlich meine Yogamatten hier? Ich habe einmal die... Eine Yogamatte, die kleinen, habe ich außerdem rausgelöscht. Zeigst du die Nummer nochmal? Das war die Nummer hier. Außer sie rausgelöscht. Achso, die Nummer ist die 1726. Yogamatte, klein, 1,5 Zentimeter, 183 Zentimeter lang und 61 Zentimeter breit. Jetzt sind wir da drin. Und wir haben noch einmal die XXL Yogamatte mit 1 Zentimeter Stärke, 190 Zentimeter Länge und 1 Meter Breite. Ist eine XXL Variante. Und wir haben noch hier unsere wunderbare Espressemaschine von der Firma. Kugelgrill verkauft. Wer ist verkauft? Kugelgrill. Dann habe ich schon einen weggeschoben. Zurzeit, sag mal, hast du eigentlich Heuschnuppe oder was ist denn los? So, Achtung, wo machen wir denn weiter? Ich will meinen Schriftzug sehen. Achtung, jetzt haben wir von der Baris... Von weitem sieht man... Okay. Jetzt habe ich hier. Sieht man den? Jawohl, da ist er. Live.retounking.de Hier seid ihr richtig. Hier seid ihr richtig. Hier könnt ihr kaufen die 17,33 für 20 Euro. Das dreiteilige Navaris Kartoffelstiefel und Knoblauch hält das Set. Ah, jetzt kommt die Süßel. So, Achtung. Und immer teilen, teilen, teilen. So, also für Kartoffeln, für Zwiebeln und für Garlik haben wir hier diese wunderbare Knoblauch... Achso, die hast du jetzt oben drin? Ja, ja, ja. Also für 20 Euro dreiteilige Set. Wir machen relativ schnell weiter. Von Kaso haben wir hier den wunderbaren BP 300 Citruspresse mit der Nummer 07154 für 20 Euro von Kaso. Die habe ich jetzt zum letzten Mal nochmal reduziert. Das sind die letzten, da kriegen wir auch keine mehr nach. Ach, das sind die letzten 14 Stück, die wir am Lager haben. Also bitte erzähl jetzt ein bisschen was da drüber. Achtung, wir haben hier die CP 300 Citruspresse. Kraftvolle elektronische Citruspresse im Edelstahlgehäuse. Für Zitrusfrüchte aller Art geeignet. Soft-Touch-Griff mit praktischem Startautomatik. Bei leichtem Druck für eine einfache Handhabung. Edelstahl-Tiebeinsatz. Stabiler Universalpresskegel. Sehr leichte Reinigung. Einzelteile entnehmbar. Extra leiser Motor. Saftstopp noch Nachtropfstopp. Saugfüße für sicheren Stand. Und hier kann man Limetten, Zitronen, Orangen und Pampelmusen, Grapefruits entsaften. Wunderbares Edelstahl-Design. Hier oben hat man diesen Presshebel dazu. Da braucht man sich nicht nur die Fingerbund drücken, sondern einfach den Hebel runter drücken. Da haut die Frucht ab. Also ich mache die Figur jetzt aus 7 Euro, okay? So, und dieses haben wir jetzt hier für 20 Euro, Edelstahl-Design. Da haben wir jetzt noch 12 Stück von 14. 20 Euro, so günstig kriegt ihr die von Caso nicht mehr. Die ist wirklich, und das sind auch die letzten, wir haben, danach kriegen wir da nichts mehr. So, wo sind wir denn dabei? Ah, ach du. Die Master of the Universe ist verkauft. Nein, oder? Ich habe mich schon langsam mit angefreundet, dass ich die mit rübernehme. Gut, dann tun wir sie weg. So. Oh, wir haben noch so viele Sachen hier. 11, noch 10 Saftfressen, noch 10 Saftfressen für 20 Euro. Edelstahl von Caso, so günstig kommen wir da nie wieder ran. So. Aber was haben wir denn hier? Genau, immer mal wieder auch in die Geschenkebox reinschauen. Das sind ganz viele schöne Sachen noch. Oh, soll ich was aus meinem Leben erzählen? Hier haben wir eine Küchenmaschine von BMF. Und guck mal, was hier auf meinem Zettelchen steht. Das ist die 18.00. 18.00, Achtung. BMF Küchenmaschine, da steht dann drauf, Präknopf fällt ohne Anleitung. Und da habe ich gesagt, was? Präknopf fällt? Schade, bei einer nagelneuen Maschine bin ich ins Internet und habe für 7,99 Euro neuen Knopf bestellt und jetzt haben wir hier sage und schreibe zum Schnapperpreis, haben wir jetzt hier eine wunderbare Küchenmaschine von der Firma BMF. Dieser Knopf hat gefehlt, für 6,99 Euro habe ich nachbestellt und das ist genau das, warum es uns gibt. Der Retourenking hat das wieder zum Nebeneffekt einfach einen neuen Knopf dran gemacht und funktioniert wieder. Hier haben wir den Gemüsehobel, die Küchenmaschine hier. Bild ich oben drin. Hier, und dann haben wir noch verschiedene, das ist das gigantisch coole bei BMF, haben wir hier die Box, wo die Schneiden da drin sind. Da schneidet man sich nicht die Finger auf, wenn man die Schublade aufmacht, sondern die sind einfach ordentlich einsortiert. Ich habe sie hier drin liegen, aber es wird dann oben angekündigt. Ich sehe sie. Siehst du sie? Ich sehe sie. Kostet neu, glaube ich, 149 Euro. Wir haben sie drastisch reduziert auf 75 Euro. Hier diese wunderschöne Küchenmaschine von der Firma BMF. Also echt ein cooles Teil. Mit Drehknopf, alles picobello, wie es denn sein soll. So, und dann geht es weiter mit einem Benutzer-Staubsauger. Also ich sage nochmal die Saftpresse. Hier, echt cooles Design. Jetzt werdet ihr die Küche auf, schwarz und Edelstahl. Das kommt doch immer gut an, oder? Werkzeug haben wir heute kein... Kein Werkzeug, leider nicht. So. So, das Gewinnspiel starten wir, denke ich mal, um 45, oder? Um 45 gibt es den letzten Buchstaben und dann starten wir das Gewinnspiel. So, also alle zusammensitzen, könnte es anstrengen. So, also mit Hebelmechanik, nur leichter Druck notwendig, stabiler Universalpressgel mit großem Durchmesser, also Soft-Touch-Griff mit Startautomatik, hohe Saftausbeute, ganz wichtig. Ein Buchstabe kommt noch, ja. Ein Buchstabe kommt noch. So, dann haben wir die 17,98 Euro. Einen wunderbaren Staubsauger, beutellos für Tierhaare geeignet, für 30 Euro anstatt 90. Ist aber leicht gebraucht, steht drauf. So wie der andere auch, leicht gebraucht, also nichts. Hatten wir heute schon mal hier in der Farbe Rot. Du hast ja auch schon ausgepackt gehabt. So, was haben wir denn hier? Der Behälter hat zwei Liter, Radius. Küchenmaschine WMF 60. Oh, nee, dann machen wir 70, weil da habe ich echt nicht oft kaufen müssen. Das tut mir am Herzen weh, das ist der halbe Neupreis für das, dass die Maschine... Also hier hast du es auch 70 mal reduziert. Genau, also hier. Automatische Kabelaufwicklung, Teleskop pro Länge 80 cm, Heberfilter. Hasco Blade Brush ist verkauft. Oh, sehr schön, das freut mich aber wirklich, super. Genau, deswegen lohnt es sich immer mal wieder auch in die Geschenkebox reinzuschauen. Und dann haben wir noch die 17,99, die gleiche Staubsauger in der Farbe Gold. Der eine ist rot, der andere ist Gold. Können wir auch beide reinmachen oben. 70 Euro die zwei Staubsauger. So, Küchenmaschine haben wir, das haben wir. Dann mache ich da die zwei Staubsauger wieder hin. Dann habe ich noch, erinnere ich immer mal wieder an meine drei Töpfchen. Kartoffel, Zwiebel und Knoblauch. Von Navaris, wunderschönes Produkt. Schnapperpreis 20 Euro. So, und wir machen weiter. Das ist der andere Korb hier. Nein, 15 für den Staubsauger kann ich nicht machen. Der kostet normalerweise 90. Dann haben wir die 1688 hier. Haben wir auch nochmal von Navaris diesen wunderbaren Wäschekorb. In den Farben jetzt Braun, Beige und Vanille. Der eigentlich der Schwäger in ihrer sein sollte. 50 cm Durchmesser. Zwei Stück haben wir davon da. Oh, zwei Stück sogar. Okay, und der hat 50 cm Durchmesser, 45 cm Höhe. Ein sehr dicker, stabiler Sack. Den haben wir hier, haben wir schon mal gesehen heute. Das war verkauft, WMF. Staubsauger 30 Euro ist ein super Preis. Also da können wir, sonst legen wir drauf. Das geht leider nicht. Ach so. Mal gucken, ob das heute geht. Das ist die 1649. Für 15 Euro haben wir hier von Bestway eine Poolpumpe mit Filter. Also eine Filterpumpe quasi. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Die Pumpe kann hier quasi 1.100 Liter bis 8.300 Liter. Und dann können wir an dem Abenteuer von Cody Price noch was machen. An wem? Was haben wir denn Abenteuer Cody Price? Dass ich das überhaupt... Da haben wir 10 Euro. Was ist das? Ich würde dir jetzt noch 8 Euro machen, dann sind wir aber an unserer absoluten... Was ist ein guter Preis? Das ist das Chico-Ding und so? Ja. Ach so, ja, hau weg. Machen wir 8 Euro. Gut. So. So. Und dann haben wir hier die 1684 und die 1685. Da haben wir so das Set Bilderrahmen. Also ein Set. Ein Bilderrahmen, klein, 18x24 cm für 1 Euro. Und wir haben den großen Bilderrahmen, den 1685, der hat 20x30 für 2 Euro. Wunderschöner Rahmen außenrum, Alu-Optik gebürstet. Und hier haben wir einen kleinen Bilderrahmen für 1 Euro das Stück. Und den Bilderrahmen kann man nichts falsch machen. Hat hinten zum Aufhängen oder zum Ständern hier. Auch der Große hat was zum Ständern. Warum geht es denn jetzt so? Wann kann ich jetzt schreiben? Tastatur leer? Blinkt sie irgendwie? Nur 1 jetzt. Okay, geht wieder. 1684 und 1685. Bilderrahmen. 18x24 cm und hier 20x30 cm. Jeweils 1 Euro, 2 Euro. Großer Bilderrahmen, kleiner Bilderrahmen. Poolpumpe ist schon drin. Die ist drin. Und ist auch noch da. Ist auch noch da. Vorratsbehälter für 15. Welcher Vorratsbehälter? Die Navaris. Nein, 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 nein. Was kann man dafür bereiten? 20. 20. Ja, nee, weil alles 120 kriegst du die Schwägerin. Achso, die Vorratsbehälter hast du geschoppt. Ja, Dick. Nein, mach 18, mach 18. Ich dachte, hier den Wäsche sank. Hier, mach 18 Euro. Nein, ich habe 15 gemacht. Oh Mann, hey. Meine Frau ist so gutmütig. Ich habe 15 gemacht. Okay. Die Staubsauger sind wirklich ein guter Preis. Ja. Außerdem haben wir heute schon einen verkauft. Die sind für 30 Euro heute schon weggegangen. Deswegen, also. So, dann haben wir hier die 16,80. Ihr kriegt nachher einen Tipp, wenn ihr die Vorratsbehälter haben wir weg. Ja. 16,80 Mausbälle. Auf geht's. Action. Für 10 Euro haben wir hier 27 Mal die LED-Solar-Grasplatten. Vierer-Set. Oh, die sind süß. Ja, Achtung. Erzähl mal ein bisschen was da dazu. Mach das mit mal oben rein. Hab ich drin. Okay, Achtung. Dann haben wir hier. Die gibt es in Rund. Die sind Rund. Da haben wir 27 Stück da. Das sind so Grasmatten. Da könnt ihr dann Blumentopfschrauben stellen oder irgendwas. Und dann leuchten die mit LED. Da ist ein Timer funktioniert. Da oben ist ein Bild drin. Das sieht so cool aus. Das sind vier Grasplatten mit LED. Das ist ein Wort. Das besteht nicht aus zwei. Das ist ein Wort. Ihr sollt auch noch gar nicht raten. Ja, aber Sie überlegen alle. Ja, ihr sollt kaufen. Wir machen jetzt noch Action bis zum Schluss. Hier, LED-Solar-Grasplatten für 10 Euro. Vier Stück. Noch 24. Ist das Bild oben drin? Ja, selbstverständlich. Oh, super. Aber die haben eine Timer-Funktion. Haben die hier. Ein Kabel ist mit dabei. Kann man verschiedene Modi einstellen. Sind die jetzt mit Solar oder sind die mit Batterie? Die sind Solar. Dann haben Sie eine Timer-Funktion. Nein, eine Timer-Funktion. Eine Mod-Funktion. Da kannst du wahrscheinlich eigentlich nicht, ob die Blinken machen, tun. Ja, ja. Das war jetzt hier zu schnell geredet. So, aber hier coole Sachen. Die legst du einfach in den Garten. Es scheint die Sonne drauf. Am Anfang sind sie dann zu leuchten. Das Kodi ist verkauft. Okay, das habe ich schon weggeräumt. So, dann haben wir hier auch nochmal was absolut Cooles für einen Schnapperpreis. Die 13,84. Und zwar haben wir hier eine LED-Leuchte. Warmbeiß. Wie sieht das aus wie so ein Stein? So sieht die hier aus. 36 Stift. 5 Euro. 5 Euro. Wenn da welche übrig bleiben. Ja, dann kriege ich auch mal welche. Guck mal, wie das cool aussieht, das Teil. So, einfach einschalten, irgendwo hinlegen. Und man hat einen leuchtenden Stein irgendwo. Der leuchtet jetzt, weil er angestrahlt wird. Laptops, die hatten wir heute schon, die sind auch weg. Die sind eigentlich noch von den Surfaces da. Wir haben noch unsere Surfaces, glaube ich. Ja, die sind in der Geschenkebox. Da haben wir Tablets von Microsoft Surface Pro 8. Und wir haben noch unsere i7 Outdoor-Tablets, auch mit Windows drauf. Hier, schaut in die Geschenkebox rein, da werdet ihr sehen. Auch, das hat die Nummer hier. Können wir eigentlich mit der Nummer suchen, ja, gell? Das ist die 0113. So, also unsere Dekosteine sind oben drin. Noch 28 Stück. Also wunderschöne, süße Dekosteine. Ich liebe sie ja. Die sind echt, die sind richtig schön aus. Ja, einfach Batterie reinmachen, einschalten, dann leuchten die auf der Fanshopbank, auf dem Boden, im Garten. Solar oder Batterie? Das ist mit Batterie tatsächlich. Für den Schnapperpreis mit so... Ja. Ja, einfach einschalten, Batterie reinmachen. Wunderschön. Für 5 Euro kann man echt nichts verkehrt machen. Timer? Nein, kein Timer. Hätte ich erwähnt, wenn es einer hätte. Ich sage es extra nicht, weil wenn ich sage, kein Timer, dann versteht man hier einer Timer. Und dann ist man natürlich dann enttäuscht. Also kein Timer. Kein Timer. Wir machen weiter. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier von Grundig, haben wir auch nochmal eine Solarleuchte. Mit der Nummer 1850 für 10 Euro, anstatt für 20 ist es dreimal verfügbar. Und zwar sind es so Wegleuchten aus Edelstahloptik. Die brennen 6 bis 8 Stunden. Eine LED, die haben die Maße, Durchmesser vom Rohr sind 8,6 mal 65 Zentimeter Höhe. Edelstahlleuchte, so sehen die da aus. Auch mit Solar. Da kann man seinen Wegesrand beleuchten. Oder wenn man abends noch Schnecken jagen geht, im Garten seinen Weg zu... Schnecken jagen geht? Ja, ich habe als Kind immer unsere Taschen haben mit Schnecken jagen bei meiner Oma, weil die sonst einen Salat aufgefressen haben. Also manuell an und aus. Den Stein? Ja. Vermutlich. Was, die, die, die? Ja. Das ist mit Solar, die gehen automatisch an? Ja, die sind meine Wegeleuchten, die sind alle weg. Okay. So, was haben wir denn noch Tolles? Wir haben nur Tolle Sachen, das macht es auch so schwierig hier. Oh, was haben wir denn hier nochmal? Und zwar haben wir hier die 1388. 1388, den LED-Solar-Garten-Anhänger. Auch 36. 36, was hast du denn für den Preis? 8 Euro. 8 Euro, Wahnsinn. Das ist hier, guck mal, das leuchtet mit Solar einfach irgendwo hinhängen und es leuchtet dann einfach mit Solar. Cool. Soll ich mal einen rausholen, oder? Also eine LED, 18 mal 90 Zentimeter ist die Kette lang. Oh, das sieht so schön aus. Was ist das, so ein Sichelmond, oder wie nennt man das da, diese Form? Hm. Hm, okay. Das ist natürlich auch ein Lichtsensor. Achtung, das ist ganz schön groß. Schaut mal her. Noch 32, 31. Schaut mal her. Das hängt hier irgendwo im Gartenrand mit der Kette. Oh, das sieht viel schöner aus wie auf dem Bild. Ey, guck mal hier, das hängt irgendwo hin, hast du diese lange Kette. Warte, ich kann es oben dran hängen, hoffe, nicht passiert da jetzt nichts. So, Achtung, dann hat das hier ein Solar. Noch 30. Was hat denn da für einen Preis gemacht? Ah, guck mal, sieht man, dass es leuchtet? Ah, nee, das seht ihr nicht. Hier ist es so hell, dass ihr das nicht seht. Aber sie funktioniert einfach, wenn es dunkel wird, geht es hier an und leuchtet orange. Noch 28. Also es ist echt ein schönes Stück, wirklich toll. Ja, lass ruhig da hängen, dann zieht du das. Ja, ist cool, oder? Mhm, schön. Ja. Wirklich schön. Also es ist wirklich, manchmal haben wir auch schöne Sachen, ne? Okay. Ah, wir haben noch einen Staubsauger, sehe ich gerade. Und dann haben wir noch hier auch was Lustiges. Ach, wir haben noch so viele, ey, Maus, wir könnten ja gerade nochmal eins machen, ne? Ich habe noch ein paar Produkte. Wir haben doch noch eine halbe Stunde. Ach so, ich habe schon ein paar Antikappen, ich muss aufhören. Okay, dann haben wir die 1804, da haben wir noch ein Studio. Ich sage immer TikTok-Licht dazu. Das ist so ein Stativ, wo man ringt. Ein Starter-Set für die Influencer. Damit könnt ihr eure eigene Influencer-Karriere starten. Und Pfannen, Pfannen müssen noch kommen. Ah, die WMF-Pfannen habe ich auch noch hier, zeige ich auch gleich. Also hier haben wir das, ich sage immer TikTok-Licht, eine Ringleuchte mit Handyhalterung und verschiedenen Lichtstufen für 20 Euro. Verkauft. So. So, Achtung. Was habe ich denn noch hier? Ich habe doch gerade so tolle Sachen gesehen. Wo bin ich denn? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, die Pfannen wollten wir haben, genau. So, Achtung. Wir haben die 17,79 anstatt für 100, 19 Euro für 80 Euro. Das Zweier-Set WMF-Pfannen mit der 17,79. Pfanne 24 und 28 Zentimeter, wunderbarer LED. Und oben drin. Oben drin. Pfanne 24 Zentimeter durchmesser 28 Zentimeter durchmesser Chromagran, Edelschall, Rost bei 18, schlicht 10 mit kermischer Antihaftversiegelung, mit Allherdboten für optimale Wärmeverteilung und Speicherung für alle Herdarten geeignet, inklusive, selbstverständlich, Induktion. Was kosten die normalerweise? Die kosten normalerweise 119 Euro, hatte ich erwähnt. Raumdiffusor, bitte. Ach ja. Das schöne Ding da. Das ist die 18,63. Anstatt 70 Euro wollten wir 40. Haben wir dreimal da von Astella Aromadiffusor in keramikoptik. Ist ein Designerstück. Das ist ein wunderschöner Diffusor. Der kann auch Licht machen, tatsächlich. Das ist ja der Knaller. Funktionen mit jeweils zwei Intensivistellstufen. Vielleicht kann jemand euch nochmal die Buchstaben reinschreiben, aber wahrscheinlich wollen sie euch die jetzt nicht mehr verraten. Ja, ich kann es verstehen. Wir sind bei 297 Zuschauer. Ah, da kommen sie schon. Die Dagmar hat es geschrieben. Oh, was schreibt ihr? Na, Tarole. Ich habe es hier anders verstehen. Okay, gut. So, also noch nichts verraten. Kein Wort nennen, bitte. Aber es sind alle Buchstaben. Okay, alles klar. Dann ist es cool. Okay. Einer fehlt aber noch. Einer fehlt noch tatsächlich. Und da habt ihr es noch genau. 13 Minuten bis zum nächsten Buchstaben. Also, wir haben hier ein hochwertiges Keramikcover. Füllt bis zu 40 Quadratmeter Raum deiner Wohnung mit Duft. 4 bis 8 Stunden Laufzeit. 100 Milliliter Wasserkapazität. Und das ganze Ding kann in verschiedenen Farben leuchten. Einmal in weiß und einmal in so. Also, ein wunderschönes Teil. Also, da hat sich echt jemand was dabei gedacht. Ich liebe es, wenn... So, mal reduzieren auf 30. Ja. Ich liebe es, wenn so ein Ding mehrere Funktionen erfüllt. Es riecht einmal gut. Es sieht einmal gut aus. Also, es sieht wirklich richtig aus. Und macht auch noch Licht gemütliches. Also, 3 in 1 hier. Oder, Tessi? Gell? Wirklich schön. Wundert mich, dass es noch da steht. Oh, ich habe nochmal Marmeladegläser. Wo ist die Sabina? So schön. Die ist 17... Keine mehr da. Alle weg. 17,21 haben wir hier... 17,21 haben wir hier diese wunderbare Marmeladegläser. Ja, ja, das sind ja schon welche. Genau, solche habe ich. Also, so in der Richtung. So sind wir. 301 Zuschauer. Super, vielen Dank dafür. Da machen wir auf jeden Fall zwei Preise heute, oder? Ja. Das können wir auf jeden Fall machen für die Treue, die uns die Fels hier gehalten haben. Mit den technischen Problemen auch noch. Okay, Marmeladegläser. Wie viele sind da drin? Zwölf Stück. Wie viele Milliliter haben die? Was sind das hier? 250. 258 steht da unten drauf. Genau. Also, da haben wir einen wunderbaren Deckel mit Made with Love, oder? Genau. Verkauft. Okay, gut. Bei uns im Onlineshop findet ihr bald wieder mehr von den Artikeln. Wir haben den Lieberanten wieder für uns gewinnen können. Marmeladegläser, Marmeladedeckel und viele Krimskramsteile bei uns im Onlineshop unter retourenking.de. Und wenn ihr hier kaufen wollt, geht auf live.retourenking.de und dann könnt ihr Teilnehmer in unserem Livestream mit Warenkopf.de, mit Heilfunktion und mit lauter netten Leuten, die im Chat ganz tolle Sachen schreiben. So. Weiter geht's. Weiter geht's, natürlich, selbstverständlich. Jetzt mache ich keinen Staubsauger mehr, weil die stehen hier ein bisschen noch Schlange. Was haben wir denn hier? Wollt ihr Rasierer? Wollt ihr Telefone? Wollt ihr LED-Kerzen? Wollt ihr einen Rasenroboter? Ich zeige dir einen Rasenroboter. Den möchte ich unbedingt zeigen. Ich bin so stolz drauf, weil ich den habe ans Laufen gekriegt. Oh, der steht ganz unten drunter. Mensch, Mensch, Mensch. Wer hat denn das hier gedeckt? Wer hat hier so ein Chaos verursacht? Telefon. Bei mir? Nee. Ach so. Ich dachte, das klingelt. Ich bin's, schreibt Telefon. Komm, wir machen noch ein paar Gartenleuchten und dann gehen wir zu meinem Mähroboter. Und zwar die 1386. Da haben wir hier für 7 Euro auch nochmal eine LED-Gartenleuchte. So was Schönes im Tester hier bei einer. Und wenn ihr es hier oben im Slider findet, dann ist rechts in der Geschenkebox drin. Und zwar, wir fangen jetzt mal an. Das ist hier so ein Hirschhaken. Heißt du so? Hirtenhaken. Ach, ein Hirtenhaken. Und zwar eine Solarleuchte in einem Altglas-Optik mit Solarleuchte dran. Warmweiß, ca. 11 cm Durchmesser. Lichtsensor natürlich mit Solarpanel. Gesamthöhe sind 70 cm. Da haben wir diesen Ständer hier. Oh, Gartenhänger, Flamme, sind alle verkauft. Oh, super. Gut. Dann tun wir den mal hier weg. Und hier haben wir schon das nächste Objekt. Damit gehen wir auch wieder 30 Stück da. Der war hier drin. Achtung, warte mal schön. Das Styropor war hier um die Leuchte rum. Okay, dass da nichts passiert. Da ist was. Okay, gut. Gut, also hier, Hirtenhaken, LED, Altglas, Glasoptik, Splitterglas, Antikglas. Für 7 Euro? Für 7 Euro. Komm, wir holen auch mal eins raus. Das tut immer ganz gut, wenn man die rausholt. Vielleicht ist mein Bild besser als deins. So, also da ist dabei hier ein Erdspieß für den Hirtenhaken. Ich baue es jetzt nicht ganz auf. Ich nehme jetzt einen Vertester. Und jetzt haben wir hier diese Kugel mal an, wie groß die Kugel hier ist. Boah. Ey, die ist richtig schwer und massiv. Und das ist für 7 Euro. Achtung, Erdspieß rein. Guck mal, wie dick der Stab hier ist. Das ist ein richtig dicker Stab. Also nicht so ein popliges Ding wie bei einem Aldi, wenn er das kauft. Nein, Achtung. Oder beim ersten Windstoß umfällt. Ich muss es nur einschalten, aber so sieht das ganze Ding aus. Ein wahnsinnig dicker, fetter Erdspieß. Ein ganz dicker Stab. Und das ist für 7 Euro. Knaller. Absoluter Knallerpreis. Also, wo hängen wir denn da hin? Wasser gibt es nachher. Jetzt haben wir keine Zeit zum Entschuldigen. Aber kann ich das da hinhängen? Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Was mache ich denn? Ja, gut. Noch 25, 24. Ja, also ich zeige es noch ein bisschen hier. Beim Teleshopping zeige es sich ja gleich. Warbe? Warmeiß. Warmeiß, genau. Warmeiß. Noch 22. Na gut, es darf natürlich auch drehen, wenn das Artikel in Kaltweiß erstrahlen würde. Ja, noch 20. Vierten Haken hier, richtig cool. Ey, das ist richtig schwer. Und das sind so, das ganze Ding leuchtet wahrscheinlich dann. 16. Durchmesser, was habe ich gesagt? 11 cm die Kugel. Und die ist richtig schwer. Die braucht natürlich auch diesen stabilen Stab hier. Du kannst sie doch in den Staubsauger reinstecken. In den da? In den Karton. Ey, das Problem ist, dass die Kugel wirklich, die ist richtig schwer. Ja, die ist so wie schwer. Die mussten hier tatsächlich diesen stabilen Stab verwenden, weil die Kugel so schwer ist. Und der auch, guck mal, dieser massive Erdstweiss. Guck mal, wie dick der ist. Sind alle Diffusor sind leider weg. Ja, okay. Ich tu den mal nochmal weg, damit nichts passiert da dran. Wir haben aber im Onlineshop noch einen anderen Diffusor. Vielleicht ist der was für dich. Schade. Was machen denn eigentlich meine Rasenteppiche mit LED? Da sind noch 14 Stück da. Okay, also. Noch achtmal die Solarhängeleuchte. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein Knallerpreisangebot. Und zwar haben wir jetzt hier die Sichel. Achtung. Gleiches Teil wie das Hängerne eigentlich quasi. Aber jetzt hier zum Stehen. Auch eine Solarpanel. Erdspieß dabei. Nummer. Nummer. Eine Nummer. Sorry. 13,87 für 8 Euro. So. Mir starten doch 301. 31 Stück haben wir. Noch? Okay. Also, jetzt zugreifen auch wieder hier mit Erdspieß. Achtung, ich schraube es jetzt diesmal zusammen. Vielleicht kann ich sie irgendwo fixieren oder irgendwo reinstecken. Einfach hier. Noch fünfmal die Hängeleuchte. Noch fünfmal. So, Achtung. So sieht die aus. Das ist der Spieß. Ein Doppelspieß, damit es nicht knicken kann oder umfallen kann. Und dann einfach Solarpanel in die Sonne stellen. Folie abziehen. Ich mache das eigentlich kurz, dass ich immer gleich sofort, weil die Folie, wenn die Sonne draufkrutzelt, dann verschmeugelt die. Dann geht gar nicht mehr durch hier. Solarleuchte. Einschalten sollen wir es natürlich auch. Noch 28 von den Gartenstecker Flamme. Ja, hier. So sieht die aus. Schau mal hier. Wunderschön geschwungen. Das leuchtet dann so golden mit der orange Farbe. Dann auch Altglas. Passt auch perfekt dann zu dem Hänger. Ja, das war natürlich cool im Set zu verkaufen. Totales Kombiteil. Ja, genau. Achtung, kann ich das jetzt irgendwo reinstecken? Ich kann es hier einklemmen vielleicht, oder? Oh, das ist ganz schön schwer. Nichts zu machen. Ich muss es halten. Du machst doch in den Staubsauger da rein. Sollst du einfach da reinstecken? Das heißt, das geht doch, oder nicht? Ja, klar geht es. Mit Gewalt geht alles. Ja, also. Sieht man es? Ein bisschen noch. Ja, man sieht. Ups. Noch 24. Ich lasse es einfach mal da hängen. Warte mal. Sieht man es? Ja, ja, ja. Okay, gut. Also, dann machen wir jetzt weiter. Was habe ich denn hier? Oh, mein wunderbarer LED-Fackelkel. Die 1383. Auch für 7 Euro. Achtung. Das coole an dem Teil ist, das kann man überall hinstellen. Auch mal auf den Tisch oder ins Beet reinstecken. Aber hier. Da haben wir 23 Stück davon. Das sind auch so. Die kann man beispielsweise hier über den Sockel an der Wand festschrauben. Auf dem Gartenzaun. Oder auch wieder am Wegesrand auf dem Stein oder eine Holzplatte, die man einfach ins Beet reinmacht. Und dann hat man hier diese wunderbare Kelch. Wie funktioniert das jetzt eigentlich hier? Oh, das ist nur eine LED-Fackel. Achtung. Das ist kein Solar. Nein, das ist kein Solar. Flammenoptik. Ah, noch coole. Oh, das sind die, die so coole Sichten machen. Da muss man Batterien reinmachen. LED-Kelch, genau. Wollen wir den Dekostein bitte im Hintergrund auch bitte irgendwo? Ihr kriegt nachher einen Tipp. Wir müssen noch den letzten Buchstaben sagen und dann kriegt ihr einen Tipp von uns. LED-Leute. Dann habt ihr fünf Minuten Zeit auf jeden Fall mal zu überlegen. Ja, ja. Wir brechen nicht ab. Ihr kriegt eure Preise hier. Ja, das ist gut. Wir wollen ja, dass ihr alle glücklich seid. So, also. So, also meine wunderbare LED-Flacker-Fackel mit Batteriebetrieben übrigens, aber für sieben Euro trotzdem ein Schnapper. Sind noch 23 Stück da, also zugreifen wir den Preis, sieben Euro. Also echt gut. Wenn ihr habt, könnt ihr es natürlich auch irgendwo anders da draufsetzen, aber hier, das ist ja das Coole, dass ihr nicht so einen langen Stab habt. Einfach irgendwo festschrauben und dann habt ihr hier diese Fackel und die fällt auch nicht um, wenn der Wind kommt. Gartenstecker, Flamme, noch 17 und die Solar-Hängeleuchte, die der Ingrid jetzt nochmal Zeit haben, nur noch fünf Stück da. Ach, ich denke, die war ausverkauft? Die Hängeleuchte? Nee, die, ja, die, das mit der Kugel. Der Hirschenhaken, ich dachte, der war weg. Ach so, das da. Ah, Entschuldigung. Ja, 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 ich komme langsam durcheinander. Noch fünf Stück waren da da. Okay, Achtung, ich zeige es nochmal. Achtung, das ist eine sehr schwere Ausführung, die ist richtig schwer, diese Kugel hier und ein richtig schwerer Hirtenhaken. Und dieser wahnsinnig fette Erzspieß, natürlich haben wir hier die Verlängerung dabei, ich habe es gar nicht montiert, da kann man hier natürlich auch auf wie viele Zentimeter kommen hier, wo steht es denn hier, wo haben wir denn die Länge, steht es nicht dran, müssen wir jetzt einfach mal ausrechnen, welche Höhe haben wir jetzt hier, 70 Zentimeter auch, oder? Okay, und dann dieser fette Erzspieß, Wahnsinn, echt cool. Also das ist von der Qualität sehr überzeugend hier, hier, richtig schwer. Die Fackeln gibt es bei Norm 8.7, 9.9. Und wir haben sie für sieben, auch neue Ware, also da sind wir immer noch günstiger, oder? Nein, wir haben schon welche verkauft, oder? 23 Stück, dann hau es drauf, fünf, egal. Also dann mache ich es jetzt für fünf, aber... Aber nur wegen euch, nur weil ihr es seid. So, was haben wir denn noch? Ihr kriegt nach dem Live eine zusammengefasste Auftragsbestätigung und dann könnt ihr bekamen. Okay, Achtung, ich verarbeite mich jetzt langsam mal vor zum... So, die Fackeln sind jetzt für fünf Euro obendrin. Ich habe nochmal hier eine... Für den Sticker können wir sie nicht mehr machen. So, Achtung. Nee, das machen wir nicht, da habe ich keine Lust dazu. So, Achtung, wir haben sie 1672, anstatt für 100 Euro, für 40 Euro. Und zwar haben wir hier ein 1200 Watt an die Haftbeschichte, ein drehbares Raclette. Raclette? Raclette. Raclette. Hier, da haben wir einmal eine Marmorplatte dabei und eine ganz normale Grillplatte. Sammeln könnt ihr nicht, ihr müsst bitte jedes Live für sich bezahlen. Ja, ja, da kommt sowieso kein Live mehr. Wir machen jetzt keine Live mehr in den nächsten sechs Wochen. Watsch. Nein, aber jedes Live für sich muss bezahlt werden. Und ja, es reicht, wenn ihr morgen bezahlt. Ihr kriegt nachher die Auffassbestätigung und alles, was übers Wochenende bezahlt wurde, wird am Montag sofort versendet. Genau. Und wenn ihr mit PayPal an Freunde bezahlt... Was versendet, dann bevorzugen wir euch. Ja, genau. Die suchen wir alle raus. Die sehen das direkt auf dem Liefersteil, ob Gebühren anfallen oder nicht. Nach Quatsch, nein. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Ihr habt bei uns immer... Eine Stunde, spätestens eine Stunde nach dem Live, allerspätestens dann, kommt die Rechnung rein. Wer sie nicht bekommen hat, schreibt bitte gleich eine Nachricht. Genau. Raclette ist verkauft. Okay, sehr schön. So, Raclette verkauft. So, jetzt haben wir... Ich komme ran und zwar an mein Landscape. Das ist die 1664. Ich habe mich tierisch gefreut in der Halle, nachdem das Ding wirklich losgeagert ist. Aber ich musste tatsächlich hier diesen Sicherungsdraht verlegen. Noch 15 Fackeln für fünf. Boah! Jetzt wird es langsam echt kriminell. Echt kriminell. Achtung. Und mein Roboter ist ja oben drin. Die 1664. Habt ihr gesehen, beim Unboxing von Landoxcape haben wir hier den Rasenroboter. Nee, stehen lassen kann man bei uns nicht. Nein. Weil alles, was bis zum nächsten Live nicht bezahlt wird, geht wieder ins nächste Live rein. Wir haben leider nicht den Platz, dass wir die Sachen für euch aufheben und sammeln. Alle, die uns kennen... Ihr könnt aber gerne im Online-Shop noch Sachen dazu bestellen, dass es sich dann lohnt, weg am Versand. Genau. LX 790 heißt das Modell. Was muss ich denn zum Rasenmähroboter sagen? Der kostet im Netz irgendwas zwischen 500 und 320 Euro. Und wir wollten haben... Ne, 280 wollten wir haben. 280. Ich habe ihn ausprobiert. Er funktioniert einwandfrei. Es ist ein cooles Gerät. Er funktioniert. 600 Quadratmeter Rasen kann der bewältigen hier. Und so sieht er aus. Hast du ein Bildchen oben drin? Ja, selbstverständlich. Okay, also, Rasenroboter. Ich sage, da kam es so viel dazu, weil die Leute, die ihn kaufen wollen... Der Patrick hat auch schon geschrieben, der ist super, der ist spitze. Und er funktioniert tatsächlich. Ich habe ihn versucht zu überlisten mit dem Kabel, aber er muss wirklich das Kabel außenrum liegen. Dann fährt er auch wirklich los. So. Und jetzt habe ich nochmal was ganz cooles. Ein Kaffee-Vollautomat von der Firma Create. Icos, die 16,71. Regulärer Preis sind 600 Euro. Wir wollten heute für den Kaffee-Vollautomat heute 400 glatt. Wow. Wow. Ja, schöner... Also ein schöner Hindern. Oh, ich fühle mich total verschwitzt und kaputt. Mein Hase. Erschöpft. Meine hübsche Unterhose sieht man. Ne, oder? Nein. Erzählt sowas nicht. Erzählt doch sowas nicht. Es geht aber auch langsam an die Substanz hier. Wir brauchen den nächsten Buchstaben dann auch. Na, dann was für ein Buchstabe. Was für ein Buchstabe? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da... Buchstabe? So, Achtung. Hier haben wir von Create den Thermomatic Touch. Kaffee-Vollautomat, der da so aussieht. Hast du ein Bild noch drin? Natürlich. So, Achtung. Wunderschönes Edelstahlgehäuse für 400 Euro. Was kann denn der alles? Das Problem ist, dass der, glaube ich, auf Deutsch... Achtung. Er hat einen Druck von 19 Bar. Ja, Programme 10 Plus. Kaffeebehälterkapazität sind 160 Gramm. Milchbehälterkapazität sind 5,20 Milliliter. Wasserstandskapazität sind 1,8 Liter. Und das ganze Gerät wiegt 13 Kilo. Ich weiß nicht, ich denke, auf der Seite sieht man es vielleicht sogar besser. Ich halte es ganz kurz in die Kamera rein. So sieht die Kaffeemaschine aus. Mit allen möglichen Funktionen. Edelstahloptik. Ich kann es nicht mehr halten. Sorry. Ach, hier habe ich tatsächlich auch nochmal einen 1-Euro-Artikel. Der Aschesauger. Aschesauger, tatsächlich. Bei dem Aschesauger muss ich dazu sagen, da hat jemand einen Fehler begangen und er hat heiße Asche eingesaugt. Da ist der Filter verbrannt. Was hast du für einen Preis gemacht? Daumen durchschraubt, das ist 10 Euro. Das ist die 1819, ein Aschesauger von der Firma Navaris. Da ist einfach nur einen neuen Filter rein. Genau, der Filter ist verbrannt, der funktioniert. Aber bitte, 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 keine heiße Asche einsaugende. Man kann eigentlich normalerweise kein Staubsauger, dass man Glut einsaugt. Da wird immer der Filter brennen von Navaris hier. Der hat einen 10-Liter-Behälter. Power hat er 800. Der hat einen ganz kleinen Aschesauger. Tut, was er soll. Braucht nur einen neuen Filter von der Firma Navaris. Und jetzt habe ich noch angekündigt, ganz am Anfang, haben wir für 1 Euro anstatt für 20 Euro haben wir noch hier das 2er-Set, 500 Milliliter in der Sprühflasche und hier 500 Milliliter zum Nachfüllen für 1 Euro. Was für eine Nummer haben wir denn noch mal? Die sind ja schon drin. Achso, es sind schon oben. In der Geschenkebox findet ihr die. 1 Euro, das Doppelpack. Unser Online-Shop heißt retourenking.de. Oh Gott, hat sich das mal nicht rumgesprochen? Verdammt, irgendwas mache ich falsch. So, die wollen alle in Buchstaben. Wie spät ist es denn eigentlich? Oh, 48, natürlich, Entschuldigung. Buchstabe. Ha, Achtung. Endsport, Buchstabe. Achtung. Aber es geht noch nicht los. Es geht noch nicht los. Stopp. Also, wie machen wir es jetzt? Ich nenne jetzt den letzten Buchstaben und mit dem Nennen des Buchstabens ist es dann so, wer dann zuerst das richtige Lösungswort schreibt, hat tatsächlich gewonnen. Genau. Also der, der jetzt als erstes, nachdem der Ingo jetzt den nächsten Buchstaben sagt, der, der als erstes mir das richtige Wort schreibt. Okay, Mausi, du nimmst dein Handy bitte in die Hand und fotografierst bitte bei dir den Chat ab. Oder filmst den Chat ab. Ja, ich filme den Chat ab, dass ihr mir es glaubt. Weil wir wollen nicht, dass hier irgendwas komisch zugeht. Wir haben bei StageMe natürlich eine ganz geringe Verzögerung von 0,7 Sekunden. Manchmal sogar in Echtzeit. Aber wir wollen tatsächlich nicht. Es kann sein, dass bei euch ein Kommentar früher oder später auch so viel bei uns. Noch nicht, ihr dürft noch nicht raten. Ich habe es noch nicht gesagt. Es gilt es noch nicht. Ich lenne jetzt gleich den letzten Buchstaben. Der Buchstabe, sobald der Ingo den Buchstaben sagt, erst dann dürft ihr mir schreiben. Okay. Es gilt es jetzt noch nicht. Es gilt es jetzt noch nicht. Ach so, ich kann da nochmal fairerweise kommen. Jessie hat natürlich wieder, darum bezahlen wir sie auch für solche Sachen. Natürlich eine coole Idee gehabt. Wir machen es ganz spannend. Ne, wir machen es nicht, bringen die Leute durcheinander. Ich lese die Buchstaben bloß nochmal vor. Wir haben ein R, wir haben ein E, wir haben ein T, ein U, ein N, ein S, ein A, ein L, ein B, ein U und ein L. Und jetzt? Und jetzt gibt es den letzten Buchstaben. Achtung. Moment. Drei. Das hätte ich fast einen Blödsinn gemacht. Ich hätte fast, wenn ich den falsch zeige, dann heißt es doch noch ganz anderes. Ja, also. Achtung. Auf die Plätze. Drei. Fertig. Drei. Achtung. Was ist denn oben und unten? Okay. Warte, ich muss filmen hier. Okay, du filmst. Gilt es noch nicht. Sobald der Buchstabe im Bild auftaucht, dürft ihr raten, okay? Gilt es noch nicht. Auf die Plätze. Hast du es? Bist du bereit? Ja. Ein Z. So, wer jetzt als erstes schreibt, der, der als nächstes kommt. Ich bin gespannt. Oh, Stefan. Nein. Das war es vorher. Echt? Oh, warte, warte. Oh Gott, jetzt haben sie sich überschlagen. Oh, scheiße. Oh Gott. Warte mal, kann man da zurückstehen? Ja, das geht nicht. Doch, ich kann hier. Warte mal. Ja, wie weit kannst du? Ich kann bloß bis AA21. Ihr habt jetzt alle gleichzeitig geschrieben. Oh mein Gott. Ich denke, ich muss ein großartiger erklärender Begriff. Was müssen wir, was machen wir denn jetzt? Ja. Ihr habt jetzt so, ihr habt. Oh, kann das StageMe nachvollziehen? Okay. StageMe. Maybe, maybe, maybe. Maybe, maybe. Könnt ihr das nachvollziehen? Wer das geschrieben hat? Warte mal schön, ich nehme den. Geschenk für alle, ja, genau. Okay. Ja, ich habe es auch gefilmt, Jessie. Aber das Problem war, dass es auf einen Schlag plötzlich... Ja, aber halt, du hast es gefilmt. Ja, aber das hat man, es hat nur übersprungen, weil so viel auf einmal gekommen ist. Achtung, StageMe. Ich schreibe jetzt ganz kurz StageMe, weil ich tue leider bei meinem Aufzeichnen ein Chat nicht sichern. Vielleicht können die jetzt nachvollziehend den Chat noch sichern, okay? Wir wollen nicht, dass es irgendwie... Nein, 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 nein. Okay. Okay, ich schreibe mal ganz kurz. Wir wollen ja, wenn, dann wollen wir es fair machen. Sonst müssen wir auslosen, aber jetzt haben es so viele geschrieben. Das haben wir so viele gleichzeitig... Oh Gott. Oh Mann. Nee, das... Wie? Ich kann das Video euch gerne schicken, aber das sieht man leider nicht. Heidi hat noch geschrieben gehabt und dann... Und dann hat es so einen Sprung gemacht und dann war es vorbei. Oh, was heißt ein Gewinn, ein Quiz, oder? Quiz ist es englisch? Quiz? Jetzt mal gucken. Also, keine Party, wir finden irgendwie da dafür eine Lösung. Hoffe ich mal. Okay. Ja, wir finden auf jeden Fall einen Weg, der auf jeden Fall... Also, wir werden mit Sicherheit irgendwas hinkriegen, aber ich will es eigentlich doch in der Sendung. Eigentlich wollen wir es doch auflösen. Jetzt lasst uns so ein paar Sachen verkaufen, bis StageMe sich zurückmeldet. Okay. Vielleicht hat der Christian ja irgendwie eine Idee. Der Antrieb wird wahrscheinlich... Okay, nach der Show kann StageMe die Aufzeichnung überprüfen. Okay, also, StageMe macht das für uns. Wir werden es aber auch dann so machen, tatsächlich, die werden uns wahrscheinlich die Aufzeichnung schicken und wir können aus der Aufzeichnung hier den Chat nochmal Revue passieren lassen und dann sieht man, wer es zuerst geschrieben hatte und derjenige hat dann tatsächlich auch gewonnen. Genau, und das würden wir dann morgen in einem separaten... Ja, okay. Und dem Gewinner, der kriegt jetzt was? Achtung, wir machen es sogar so, dass die ersten zwei, die es geschrieben hat... Die ersten drei. Scheiß drauf. Achtung, ich habe es vorbereitet. Wir haben es vorbereitet. Gewinner Nummer eins. Die ersten drei kriegen... Hier ist alles vorbereitet. Die drei steht sinnbildlich für den Fernseher. Das heißt, der dritte kriegt den ersten Preis und der erste kriegt den dritten Karton. Der dritte Karton ist der Fernseher, okay? Alles klar? Also der, der als erstes geschrieben hat, kriegt den Fernseher, der zweite kriegt den... Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir versuchen, rechtmäßigen Gewinner richtig zu ermitteln anhand von dem Videobeweis und das werden wir dann morgen auch posten und dann müsst ihr tatsächlich leider, es tut mir wirklich leid, wir müssen dann morgen leider alle Kanäle überwachen, die da werden. Wir achten darauf, Karten auf jeden Fall. Instagram, wir werden die ersten drei über den Chat einfach das Bild posten, werden die Namen mit dem Hashtag oder Raude druntersetzen, ich denke mal, es sind keine Klarnamen. Ich meine, wenn jemand das gewinnt und er öffentlich gezeigt hat, ist, denke ich, auch mit dem Datenschutz. Das wird mich derjenige, der melden. Aber wir werden es auf jeden Fall fair gestalten, das Ganze, also macht euch keine Sorgen. Da müssen wir uns das denken. Der erste Preis, also der, der als erstes beschrieben hat, kriegt den Fernseher, der zweite kriegt eine Digitalkamera. Er hat nicht gewartet, das können wir jetzt zeigen. Der dritte kriegt Kopfhörer. Genau, die Preise können wir kurz zeigen, das ist jetzt sowieso konfus, dass wir weiterverkaufen. Damit haben wir jetzt natürlich nicht gerechnet, dass wir so ein Chaos hinkriegen. Achtung, zweiter Preis, habe ich gerade auch, haben wir hier von Sony die W83 DC Cybershirt, kurz im Netz rauslegen, die 180 Euro, haben wir angeboten für 109, ist der zweite Preis. Der erste Preis ist ein, was war das, war das, der Grundig Fire TV Fernseher, Maus? Der erste Preis war der Grundig Fire TV Fernseher. Das war der erste Preis. Genau, und das ist also, das ist der Karte um 3, da steht jetzt Achtung, ich zeige es euch, dass da alles rechts auf den Dingen zugeht, da habe ich einfach nur reingeschrieben, Achtung, in Zettel reingemacht, TV 32 Zoll und der Platz Nummer 3, was bei uns Karte um Nummer 1 gewesen wäre, machen wir jetzt auch auf, Ah, ich wünsche euch auch allen viel Glück, aber wir werden es im Hintergrund klären. Das sind hier die GPL Purbass Zero Kabel, sind diese Bluetooth-Kopfhörer von der Firma GPL. Das sind eure Gewinne. Genau, das sind eure Gewinne, die kriegt ihr ganz sicher, ihr könnt euch drauf verlassen, ganz sicher, so sicher bis abend in die Kirche, das würde ich einfach sagen, viel spät haben wir es denn, noch vier Minuten, wir tun uns jetzt ausgiebig verabschieden. Der Aschesauger ist verkauft. Okay, super, wir machen es einfach so, wir lassen jetzt das Stream wie beim letzten Mal auch, lassen wir einfach nochmal 20 Minuten laufen, so eine Viertelstunde, so irgendwas, dann könnt ihr noch gemütlich hier weiter shoppen, ihr könnt nochmal in die Geschenkebox reingucken. Aschesauger weg. Aschesauger weg. Ja komm, wir haben ja noch vier Minuten, um Sachen zu zeigen. Wir wollen jetzt mit dieser Dramatik im Hintergrund, möchte ich jetzt nicht weiter verkaufen. Ich kann nur nochmal zeigen, was wir hier tatsächlich hatten. Wir haben hier nochmal unsere LED-Leuchte, wir haben nochmal hier unsere Kaffeemaschine, denn mehr Roboter ist, glaube ich, noch da. Ja, ihr könnt uns auch immer noch Preisvorschläge schicken, ob wir die akzeptieren oder nicht. Bevorzugtes Kommunikationsmittel ist bei uns die E-Mail-Adresse, und zwar die info at retourenking.de oder tragt euch gleich ein für das nächste Live-Shopping unter live.retourenking.de. Wir machen sowieso um 22 Uhr Schluss wegen dem Babysitter, weil der nämlich die Füße in die Hand nimmt und wahrscheinlich auf eine Party möchte. Wir müssen ja morgen früh wieder unseren Laden aufmachen. Ich sage mal, danke fürs Einschalten. Denkt dran, wir haben noch unsere wahnsinnig coolen Toppreis-Industrie-Tablets, die ja nur hier heute noch kriegt ihr die, waren es 500 Euro, Maus? Ja. 500 Euro für ein i7 mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Dann haben wir, glaube ich, noch zwei Tablets, alles in der Geschenkebox sind. Dann, guckt euch das in Ruhe an. Ich gucke auch noch mal in den Chat rein. Ich nehme noch mal einen Schluck Wasser. Okay, wenn die Show fertig ist, können wir die Aufzeichnung angucken. Und dann, ich bin selber gespannt. Ja, ich hoffe das. Aber guck mal, ich habe extra, ich habe das Lösungswort, habe ich von der KI generieren lassen und habe das hier in die Runde geworfen. Also, das ist viel zu schwer, das kannst du nicht machen. Und so, ja, hey, das hat was mit Retouren zu tun. Es hat zwölf Buchstaben. Und ich fand es eigentlich... Storfsäger Rot ist verkauft, Storfsäger Gold ist verkauft. Du meinst also, mein Lampenständer ist verkauft? Dein Lampenständer ist verkauft. Was war Rot verkauft? Achso, die beiden Staubsauger. Ja. Kaffee Vollautomat habe ich auf 350 euch jetzt reduziert, aber mehr kann ich da nicht machen. Das ist mir ganz arg halt. Das geht wirklich nicht. Autogrammkarten... Ah, hat man die gar nicht oben drin? ...hab ich gar nicht oben drin gehabt. Das habe ich tatsächlich vergessen. Da fragt du aber auch wirklich kein Handwerter nach, oder? Wer eine möchte, der schreibt... Ah, ich habe sie vollautomatisch verkauft. Wer eine Autogrammkarte möchte, schreibt mir einfach, wenn er seine Auftragsbestätigung bekommen hat, kurz eine Mail, dass ihr noch eine Autogrammkarte wollt. Kein Problem. Legen wir euch gerne dazu. So, also haben wir noch unseren Wahnsinnsaugerbauter. Komm mal aufschreiben. Kann ich die LED-Leuchte nochmal sehen? Welche LED-Leuchte müssen wir genauer werden? Die LED-Leuchte Stein, die LED-Leuchte Haltmond, die LED-Leuchte Sichel. Also hier haben wir nochmal den Stein. Der ist aber noch oben drin. Batteriebetriebener Stein. Wunderschönes Stück. Dann haben wir hier unsere wunderschöne... Baby, du kannst mir gerne dazu eine Nachricht schreiben. Wenn nachher noch welche da sind, kann man komplett preisern bei Abnahmen. Genau. So. Die Fackel. Das war wie hier. Genau. Okay. So. Ja. Haben wir noch was ganz Lustiges? Wie spät haben wir es denn? Ja, jetzt ist schweig. Ach, das ist schweig. Also komm her, Maus. Komm her, Maus. Komm her, Stäckerin. Komm. Wir nehmen dich in die Mitte, euch zwei. Gott sei Dank haben wir Breitbildformat hier, gell? Du bist so. Komm in die Mitte. Komm, dort. Komm, dort. Nein, nein, wir drücken nicht zusammen. Komm, wir machen uns so. Wir schlängern uns nicht rum. Vielen Dank für's Einschalten. Ihr seid die Besten gewesen. Vielen, vielen Dank. Heute war ein richtig cooler Tag, oder? Hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's aufgefallen. Ja. Ich bin auch kaputt. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitagabend. Habt ein wunderschönes Wochenende. Ich gehe morgen Party machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. 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 Vielen Dank. 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 , 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